Was geht ab Leute, Sale ist wieder da und zwar mit den neuesten Spoilern zu One Piece Kapitel 947, wie immer präsentiert und übersetzt vom Pirate Board. Der Titel des Kapitels lautet Queens Wagnis. Bei der Technik mit der Ruffy und Rayleigh die tödlichen Halsbände losgeworden sind, handelt es sich um ein erweitertes Rüstungshaki, mit dem man Dinge oder den Gegner von innen heraus angreift. Und endlich wissen wir, wie Ruffy Kaido besiegen kann, denn bisher wissen wir von Kaido, dass er im Grunde von außen keinen Schaden nimmt, nichts und niemand kann ihnen wirklich Verletzungen zufügen. Deswegen muss Ruffy wohl diese Fähigkeit benutzen, um Kaido von innen heraus zu vernichten. Ruffy hat diese Technik bereits unterbewusst eingesetzt, aber wenn er diese Technik nun lernt, kann er Hiyo und sich selbst vor den Angriffen von Big Mom schützen. Big Mom jagt Ruffy und Hiyo und macht dabei gut Schaden im Gefängnis. Queen kommt wieder zu Bewusstsein, was ein Glück, und entwickelt einen Plan. Wenn man in Udo und Gerade ausläuft, kommt man nur wieder dahin zurück, wo man hergekommen ist. Und tatsächlich kommt Big Mom nach einer Weile wieder zurück. Er lässt Shiruku als Köder nutzen und attackiert Big Mom mit Brachio-Bomben, die auf ihrem Kopf explodieren. Dadurch erlangt sie ihre Erinnerungen zurück, schläft dann allerdings ein. Queen und seine Untergebenen fesseln sie mit einer Kette aus 100% reinem Seestein und umwickeln sie mit dieser 100 Mal. Auch nutzen sie ein 100%iges Betäubungsmittel für Tiere. Danach wird Big Mom auf ein Boot gebracht, damit man sie nach Onigashima transportieren kann. Nachdem Queen und die anderen weg sind, hat Babanuki die Verantwortung über Udon. Durch die ausgefallenen S-Mails ist Udon aber komplett abgeschnitten vom Rest von Wano. Ruffy beginnt zu randalieren, weil er keine Gegner mehr zum Trainieren hat. Das ist doch mal ein echt geniales Kapitel. Zumindest hören sich die Spoiler recht lustig an. Freuen wir uns morgen auf das neue Kapitel von One Piece. Natürlich wird es dann auch wieder ein Kapitel Review geben. Ich hoffe ihr schaltet ein. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und einen kleinen Klick auf den Abonnement Button da. Und ich hoffe wir sehen uns auch morgen dann wieder. Bis dahin wünsche ich euch wie immer viel Spaß, haut rein und verfick dich schwitze.